Doch vorbei am Barrichello, siehst du? Der hat es im ersten Sektor in den Assis verloren. Er hat immer noch Übersteuern, sagt er, aber es ist offensichtlich schnelles Übersteuern. Wenn er im ersten Sektor ein bisschen sauberer gefahren hätte, dann hätte es sogar... Und Unfall! Magnisch, Abbruch! Muss das ein Einschlag gewesen sein? Hinter der Leihblanke liegt das Auto. Hinter der Leihblanke. Und Magnisch ist ausgestiegen. Ja, das ist aber das Beste, was wir jetzt gerade gesehen haben. Abbruch völlig klar, ein Bild der Verwüstung und der Zerstörung. Aber Magnisch ist draussen. Die Gänsehaut kann sich da wieder legen. Jetzt hat es auch Button gesehen. Da ist die Leitplanke durchschlagen. Richtig, ja. Out of the car and has been taken by the Marshal. Okay, die Meldung ist aus dem Auto und wird versorgt von den Streckenposten. Da oben sehen Sie ihn liegen. Und wir hören, dass er wohl über die Leitplanke geflogen ist. Die Ingenieure können es selber kaum fassen. Genauso wenig wie wir. Der Magnisch ist da mehr oder weniger nur geschockt. Der hat sich da mal kurz hingelegt. Und ist natürlich gewaltig geschockt. Hier kommt die erste Einstellung. Oh, überkorrigiert. Fliegt. Rückwärts zum Glück. Und durchschlägt die Leihblanke an der Stelle. Und steigt danach aus. Das müssen Sie sich mal vorstellen. Ja, aber zum Glück rückwärts. Ich sage das. Korrigiert zu viel. Auto pendelt auf. Nichts gebrochen hinten. Schwer zu sagen, ja. Hier liegt das Auto. Das ist nur noch der vordere Teil. Ein völlig zerstörter Toyota. Das ist ein so grausames Bild, diese Verwüstung, dass wir fast sprachlos sind, dass der L. McNish da so ausgestiegen ist. Und dass er ein bisschen benommen ist, ist ja klar. Aber er ist noch ganz. Ist da sicherlich geprellt und steif und wird das alles erst später spüren, ne? Und Nikasalo steigt auch erst mal aus. Ja, ja. Jetzt kommen so langsam da die ersten Schmerzen. Sie sehen es. Und da wird sich jetzt Charlie Whiting aus dem Auto. Erst mal das Medical Car. Hier sehen Sie den Toyota liegen. Dieses zerfetzte Auto. Das ist hinter der Leitplanke. Da wird sich jetzt erst mal die Ärzteschaft um Al McNish kümmern. Hier, das ist Professor Sid Watkins. Und dann wird sich auch gleich Charlie Whiting da die Leitplanke anschauen. Das wird eine ganze Weile dauern hier. Bis man da sich im Klaren ist, wie man das repariert, wie man das alles wieder aufbaut. Da ist Al McNish. Und der geht jetzt erst mal sicherlich ins Streckenhospital zum Röntgen. Wir sehen es noch mal. Kommt raus, kommt auf den Orangenhänden. Heck geht weg. Und dann die schwarzen Streifen deuten natürlich darauf hin, dass okay, das Heck rutscht halt. Da schlägt rückwärts die Leitplanke. Wobei, ich bin mir nicht ganz sicher, ob an dieser Stelle das die Echtschwindigkeit. So sieht das aus.